Die Schweigers wollen auf Urlaub gehen. Der letzte Tag vor der Sommerpause. Hochbetrieb im kleinen Laden, der übrigens für eine ganz besondere Erfindung Kultstatus erlangt hat. Eine Erfolgsstory ohne Ende. Das hat ein Ende, nur die Wurst. In dem Fall keins, nicht? Was ist das Besondere von der Rundwurst? Die Idee, muss ich sagen, stammt vom Vater. Das hat er gemacht vor ca. 20 Jahren. War das eine Produktion? Ja, ja, es ist natürlich schon eigene Kunst, dass das so rund wird. Schauen, dass man es von der richtigen Seite einfüllt, hinten ein bisschen Druck gibt, noch vorgibt, einmal umdreht und ein bisschen Magie gehört natürlich auch dazu und dass die ganze Sache noch rund wird. Das ist eigentlich das Geheimnis. Obwohl es nicht einmal so sehr in dem Fall um einen Inhalt geht, sondern um die Runde. Ja, für runde Anlässe, runde Geburtstage. Haben wir da schon Platten dekoriert von 10. Geburtstag bis zum 100. Kreativ waren sie schon immer, die Schweigers. Auch was die Dekoration und die Innengestaltung des Lokals betrifft. Also mir gefällt das erstens einmal selber, wenn ein bisschen eine Dekoration ist, dass es schön gestaltet ist. Und ich glaube, dass das auch die Kundschaften anspricht. Und ich bemühe mich einfach immer, der Jahreszeit bedingt, die Auslage zu dekorieren. Ich sammle die überall zusammen. Also aus den Zeitungen, Kundschaften bringe ich mir Sprüche, Bücher aus, die positiven Bücher, das hole ich mir das alles heraus. Emmerich, vielen Dank für alles. Gute Zeit. In der Metzgerei Schweiger treffen wir unter den letzten der vielen treuen Stammkunden, Herrn Emmerich Buchberger. Ein Ur-Höttinger, ein Original, wie uns gesagt wird, auch wenn er ursprünglich aus der Steiermark stammt. Seit Jahren hat er seinen Fleischbedarf beim Schweiger gedeckt. Doch nun muss er sich Alternativen suchen. Denn die Familie Schweiger hat beschlossen, ihr Geschäft für immer zu schließen. Ein schmerzlicher Verlust für Hötting. Ist es doch einer der letzten Gewerbebetriebe gewesen. Und wie man hört, einer der besten Metzger Innsbrucks. Emmerich Buchberger hat sich in Hötting eine kleine Idylle geschaffen. Der gebürtige Grazer ist seit langer Zeit Teil der Höttinger Dorfgemeinschaft. Doch nicht nur sein Eigenheim hat er sich künstlerisch ausgestaltet. Auch fast ganz Hötting wird mittlerweile von seinen engagierten Werken geziert. Und ich bin sofort in Hötting, wie ich sofort, im ersten Tag bin ich integriert gewesen. Mit Musik geht es leichter, schneller. Ich habe schon seit Kind gemahlen. Nachher zusammen mit dem Fernunterricht, Fernhäften und Schulen, die Ausstellung, bin ich gegangen, schauen. Ich werde es da malen und selber halten. Und schon in der Schule haben wir einen guten Zeichenprofessor gehabt. Der hat mich schon immer aufgenommen. Wir haben in der Schule schon Kulissen gemahlen mit ihm. Und so habe ich es halt weitergemacht. Ja, das ist richtig, das ist eine kameraschaftliche Dorfgemeinschaft, ja. Bei der Höttinger Musik bin ich jetzt da über 50 Jahre bei der Höttinger Musik. Und ich könnte mir auch eine Musik nicht vorstellen in Hötting da. So halt, ich werde das Leben. Ich hoffe nicht, ich kann ihn auch bei der Höttinger, aber ich bin, weiß ich nicht. Ich bin, weiß ich nicht. Der Misthaufen am Straßenrand, die Schafe im Hof, frische Eier und Milch gleich nebenan. Hötting duftet und strahlt nach bäuerlichem Lebensflair. Fast jede Ecke erinnert an die Zeit, wo noch beinahe jedes Haus, sein Feld, sein Tier, seinen Betrieb hatte. Auch wenn man heute zwischen all den neuen Häusern ganz genau hinsehen muss. Denn auch hier macht sich eine Tendenz bemerkbar. Die Zahl der Bauern sinkt von Jahr zu Jahr. Zunehmende Platznot, immer strengere Hygiene- und Tierhaltungsvorschriften zählen zu den Hauptgründen dieser Entwicklung. So schält sich eine kleine Gruppe von Bauern mit großem Idealismus heraus, die ihre Wurzeln und Lebensart nicht so einfach aufgeben wollen. Eine Leidenschaft. Eine enorme Leidenschaft, weil ich den Beruf seit meinem Kindesalter habe und wirklich eine große Freude dabei habe. Und eine Beziehung zu den Viechern habe und wirklich eine Entspannung ist, wenn ich heute im Gasthaus arbeite, dann ist die Landwirtschaft für mich eine regelrechte Entspannung. Das kommt von der Jugend aus. Das habe ich bei meinem Vater gemacht. Und die Kinder von mir werden es auch wieder machen und die anderen Kinder machen das wieder weiter. Ob die Bauschaft weiter bestehen bleibt, ist eine zweite Frage. Innerhalb der Stadt. Das muss man auch sagen. Aber ansonsten sind sie überall mit einem Vieh oder mit einem Ding aufgewachsen. Also die kennen das. Ich bin ein Bauer. Im Herzen bin ich ein Bauer. Aber seit vorigen Jahren habe ich heute keine Fakten mehr. Jetzt tue ich halt immer das eigene Feld ein bisschen bewirtschaften. Für mich ist das absolut ein Ausgleich. Wie es bei der Telekom war, ich war viel auf dem Montage immer. Und das hat mir eine Ruhe gegeben daheim. Und ich bin einfach der Typ, ich brauche ein bisschen ein Viech. Das hast du oder du hast es nicht. Es gibt sie also noch, die echten Bauern, die trotz aller Schwierigkeiten immer noch Wege finden, ihre Berufung und Leidenschaft als Bauer zu leben. So auch Alfred Ried. Im Laufe seines Lebens hat er nicht nur seine Pachtalm, die besungene Unbrückleralm verloren, sondern auch Rinder, Kühe und erst vor kurzem seine Schweine. Im ehemaligen Stall parken heute Autos. Seither hält Alfred Ried eben Hühner. Braune und Weiße. Denn jede Sorte hat ihre Besonderheiten. Ja, die Weißen, die sind mehrere. Da fliege ich die. Da müssen sie in den Zaun vielleicht machen. Darum habe ich die in den Kursstall rein, denn da habe ich einen halben Stall, der Alt, und das geht ganz gut. Und aggressiver sind halt die Weißen nicht. Und die Braune sind halt so wieder feiner zu haben. Jetzt sind die Weißen auch oben. Im Umfang, die haben ja geflattert. Und jetzt mal, wenn du die Tiere auch tun hast. Und das bin ich bei den Braune halt nie gewöhnt gewesen. Das ist ja ein Feiner zu holen. So, schau, haben wir wieder gute Eier. So, Marsch hinaus. Wir müssen noch zahlen gehen. So. Ich habe halb Kier gehabt, halb Schweine. Und nachher ist halt ganz mal der Schreibkammer von der EU. Da sind wir zur EU gekommen. Da ist halt ein großes Tief gekommen für uns. Und andere Farbe, damit der Alfred weiß, welches die älteren Hühner sind. Nein, nein. Weil die einen weißen Hühner sind und die anderen braunen. Das eine sind die Leckhorn und das andere auch Strudeln. Nein, warum machen die Weißen? Die Weißen, die... Die Weißen, dann legen die Weißen rein. Die weißen Hühner legen weiße Eier. Und die anderen? Die braunen Hühner legen braune Eier. So, sag schon Wiedersehen zum Alfred. Bitte. Wiedersehen. Bitte, Lotte. Alfred, tschau, piti. Tschüss. Tschüss. Die Hände problematisch. Noch mal. chinese Dana irgendwie hat, etwas zu tun hat. Und die Leute sind recht froh, wenn sie frische Eier zählen. Die existenzbedrohenden Probleme gelten nicht nur für Bauern Alfred Ried. Die besondere Lage der Bauern in Hötting, denen die Stadt bis an die Stallgrenzen gewachsen ist und das Leben als Kleinbauer in der EU machen allen Höttinger Bauern zu schaffen. Erholung und Stille etwas außerhalb des Dorfkerns. Hier liegt der Hof von Andreas Heiß. Doch auch etwas abseits des städtischen Treibens kommt man gar nicht so leicht zur Ruhe. Ich mache eigentlich alles. Ich bin der Betriebsleiter vom gesamten Betrieb. Ich mache in der Landwirtschaft, ich bin im Gasthaus tätig, geschäftlich, arbeite als Koch und bin überall tätig. Neben all diesen Tätigkeiten steht derzeit auch der Stallumbau an. Unser Stall ist aus meiner Sicht nicht mehr sehr zeitgemäß. Die EU hat natürlich neue Richtlinien herausgebracht, wo man die ganzjahres Anbindehaltung verboten hat. Und deshalb haben wir uns entschlossen, den alten stallischen Anbindestall einen Laufstall zu bauen. Dann haben wir die ganzen Probleme los. Und wir können dann gleich schon kein Motor arbeiten. Also ich bin froh, dass ich da oben das ausgekommen habe und meine Familie immer ernähren habe können. Und ich bin zufrieden und habe eine Freude an meinem Beruf. Der Planetzenhof ist willkommener Treffpunkt der kleinen Bauerngemeinschaft in Hötting. Die Bäuerinnen treffen sich umso mehr. Die Bauern ein bisschen weniger. Aber es gibt schon ein paar Zusammenkünfte im Jahr. Und mitunter kommen auch einige Bauern zu mir ins Gasthaus am Sonntagvormittag. Also so gesehen, ich habe wieder was los.